Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Kreativzeit. Ich habe heute wieder einen spannenden Gast. Falls du noch keine Interviews oder Gespräche zum Thema Kreativzeit gesehen hast, wir reden hier über Kreativität und wie Kreativität entsteht. Und mein Gast heute ist Christine und sie beschäftigt sich insbesondere mit Gehirnfitness. Herzlich willkommen, liebe Christine. Stell dich doch kurz vor. Hallo Angelika, freut mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Ein spannendes Thema Kreativität. Was machst du denn? Bitte? Was machst du denn? Erzähl doch mal. Also was ich erst mache. Okay, also ich bin einmal... Ja, ich habe drei Standbeine. Ich bin einmal Gehirnfitness-Trainerin. Das ist jetzt mein Hauptmerkmal. Dann bin ich Ernährungsberaterin. Und dann empfehle ich noch chemiefreie Naturkörperpflege. Ah ja. Ich könnte mir vorstellen, dass sogar Ernährung was mit Kreativität zu tun hat. Aber vielleicht kommen wir da drauf. Was ist für dich Kreativität? Ehrlich gesagt hatte ich mir bisher jetzt keine so großen Gedanken gemacht, was ich jetzt mit Kreativität zu tun hätte. Also ich war immer der Meinung so, ja, malen macht mir zwar Spaß, aber kann ich jetzt nicht richtig. Ich kann nicht zeichnen. Aber Farben zusammenfügen, das hat mir immer Spaß gemacht. Ich habe es aber dann aufgegeben, weil ich dachte, ja, ich kann das ja nicht. Ich kann nicht malen. Und es war jetzt auch nicht so... Also ich habe keinen Wert dahinter gesehen, ja. Okay. Ich habe aber vor kurzem eine ganz tolle Malerin kennengelernt, die Birgit Bangerl. und die malt genau so, wie ich das auch gern möchte. Also intuitiv, ja. Ja, Kreativität heißt ja auch etwas schaffen, etwas erschaffen. Und ich bin auch so eine, eher so eine Macherin. Also ich fange was an, ja. Ich fange mit einer Farbe an und schaue dann mal, wie sich was entwickelt. Und das ist eben bei Birgit Bangerl, die macht das halt jetzt professionell. Und ich finde das so bewundernswert. Und jetzt wertschätze ich das auch mehr, ja. Also denn ja eigentlich, ich bin ja kreativ. Ja, ich kann malen. Auch wenn ich nicht zeichnen kann oder wenn ich keinen Gegenstand malen zeichnen kann. Ja, ich kann eher kreativ mit Farben umgehen. Bei Kreativität beschränkt sich nicht auf Malen. Kreativität beschränkt sich nicht auf Arbeiten mit Farben, sondern eigentlich auf das Arbeiten mit dem Gehirn. Also Ideen entwickeln, Probleme lösen. Das ist alles, dafür brauchen wir Kreativität. Oder? So ist es, ja. Zu dem Thema eben Kreativität habe ich auch überlegt, ja, wann bin ich jetzt ein kreativer Mensch? Und also ich muss das mit absolut, ja, beantworten. Mein ganzes Leben war und ist kreativ gewesen und ist immer noch. Weil kreativ ist man, wenn man sich traut, etwas Neues zu beginnen und es umzusetzen. Kreativ ist auch eine Vision zu haben oder auf was hinzuarbeiten. Ich hatte ja mal einen Blumenladen, ja. Okay. Und da habe ich mit einem Stoffhersteller zusammengearbeitet. Und da gab es jedes Jahr den Münchner Stofffrühling. Und den sollte ich mit Blumen dekorieren. Jetzt war da aber, dieser Showroom war in einem Altbau. Also da musstest du erst mal durch einen 10 Meter langen Gang gehen. Und dieser Gang sollte halt aufgehübscht werden. Also das war die Herausforderung. Ich sollte das halt schöner machen, ja. Dass das freundlich wird. Ja, und da beginnt ja auch schon die Kreativität dann. Ja, du hast den Auftrag und musst halt überlegen, was machst du jetzt? Und dann musst du es halt auch noch umsetzen, ja. Also beide Gehirnhälften werden eingesetzt. Also ich habe dann, ja, Zufall am Straßenrand habe ich Äste liegen sehen, ja. Im Frühling wird ja viel geschnitten, werden die Bäume zusammengeschnitten. Und da lagen diese Äste. Und da dachte ich, ja, da hast du gleich Material, was du nicht kaufen musst. Noch dazu. Habe diese Zweige genommen, habe die bei mir im Laden im Hinterhof in Wasser gestellt, damit die auch austreiben. Ja, wenn man die in Wasser stellt, dann treiben die aus. Bekommen Blätter, habe dann auch noch Apfelzweige bekommen von einer Freundin. Die blühen ja dann so schön weiß. Und habe die dann in diesen langen Gang gestellt. Dann haben wir mit Stoffresten so als Vögel geschmückt. Ja, zwar, die Leute waren begeistert. Und ich, also ich, damals habe ich gesagt, ja, es ist schön geworden, ja. Heute sage ich, Mensch, ja, da war ich doch wirklich kreativ. Absolut. Und da sind so viele Elemente drin. Du hattest eine Aufgabenstellung, du hattest eine Problemstellung. Und durch die Problemstellung hast du Dinge wahrgenommen, die du vorher nicht wahrgenommen hättest. Vorher, ohne diese Problemstellung, wärst du wahrscheinlich an den Zweigen einfach vorbeigegangen. Und so hast du sie gesehen und du hast sofort eine Assoziation dazu gehabt. Du hast eine Idee gehabt, was kann man damit machen. Und das dann auch noch weiterentwickelt mit eben dem Wissen einer Floristin oder ein, ich weiß nicht, ob du Floristin bist, aber egal, du hattest einen Blumenladen, dem Wissen, wie Pflanzen reagieren, wenn man sie ins Wasser stellt. Also eine Kombination von, oh, da habe ich Material, was mache ich denn damit? Unglaublich schönes Beispiel für kreative Ideen. Und wahrscheinlich hast du noch Tausende davon. Ja, ich habe doch noch viele, ja. Ein Beispiel möchte ich auch sagen, weil ich finde, dass die Kreativität in unserem Arbeitsleben verloren gegangen ist. Oder ziemlich verloren gegangen ist, ja. Also da sage ich jetzt auch ein Beispiel. Ich habe mal bei einer Fluggesellschaft gearbeitet in den 80er, 90er Jahren. Und die Firma wollte, dass man in allen Abteilungen seinen Mann oder seine Frau stehen kann. Also dass man überall eingesetzt werden kann. Also das waren jetzt fünf Bereiche. Und somit musstest du halt immer wieder was Neues lernen. Und es wurde nicht langweilig. Und du konntest, ja, kreativ auf Situationen eingehen. Und den Passagieren helfen oder unterstützen, ja. Und heutzutage ist es ja meistens so, dass die Leute im Büro sitzen, einer sturen Arbeit nachgehen. Und gar keine Zeit mehr oder die Möglichkeit mehr haben, sich zu entwickeln und kreativ neue Ideen zu entwickeln. Also so pauschal würde ich es nicht sagen. Pauschal würde ich es nicht sagen. Es gibt diese Bereiche. Es gibt aber auch durchaus die anderen, die sehr kreativ arbeiten, wo auch neue Formen der Zusammenarbeit entwickelt werden. Wo so etwas wie Selbstorganisation, neben die IT-Entwicklung, wo eben mit Frameworks wie Scrum gearbeitet wird. Wo wirklich jeder kreativ sein kann und auch sein muss letztendlich. Also das gibt es schon immer noch. Aber das war auch wieder ein wichtiger Impuls, dieses, ja, etwas Lernen, etwas Neues Lernen, wenn du die Abteilungen durchwechselst. Es gibt einen wunderbaren Designer, der hat eigentlich Product Design erst erfunden. Wie heißt er? Löwis, glaube ich. Löwis. Und der hatte eine Designagentur und damals gab es noch Laufburschen. Die sind mit der Post durch alle Abteilungen durchgelaufen und haben dort eben alle möglichen Aspekte gesehen. Und das wurden oft seine Chefdesigner, weil die so ein weites, so viel Inspiration aus allen verschiedenen Abteilungen mitgebracht haben, dass die super schnell waren und gut waren im Kombinieren. Ja, du kannst es auch lernen, ja, ein Teil ist angeboren, aber die Kreativität kann sich durchaus entwickeln, je interessierter man an verschiedenen Dingen ist, ja, also der Blick wird geöffnet. Und da bin ich jetzt neugierig. Wie kann Gehirnfitness oder Gehirnfitness-Training da helfen? Besonders. Da sage ich jetzt auch mal ein Beispiel. In meinem Blumenladen damals sollte ich eine Adventsdeko machen, also eine Deko für eine riesengroße Halle, die war sieben Meter hoch bei einer Firma. Und ich habe überlegt, ja, was könnte ich da machen, kam auf die Idee dann, einen Baum aus Eisen, einen Weihnachtsbaum aus Eisen machen zu lassen. Und in diesen Baum sollten lauter Kugeln installiert werden. Ja, das war so mein Bild. Das entsteht in der rechten Gehirnhälfte, also in der kreativen Gehirnhälfte. Nur dann die Umsetzung. Wir haben die linke Gehirnhälfte, das ist die Logik, die analytische Gehirnhälfte. So, diese Umsetzung, ja, mein Bild war da, aber umsetzen konnte ich das nicht, ja. Also ich kann es nicht selber bauen, aber ich, ja, ich habe halt die genaue Vorstellung so. Und diese beiden Gehirnhälften eben zu verbinden, das ist die Herausforderung und das kann man lernen. Oder zum Beispiel, ja, der Miles Davis, der Trompeter, der hat mal gesagt, spiel nicht das, was da ist, sondern spiel das, was nicht da ist. Ja, also der war ein Jazzmusiker, also er hatte in seiner kreativen Seite hat er Töne im Kopf, aber die Umsetzung müssen ja dann die Hände machen, ja. Und deswegen ist diese Verbindung dieser beiden Gehirnhälften so wichtig und so gut. Und bei der Musik von Miles Davis, da musst du dich auch erst reinhören. Ja, aber das kannst du auch lernen. Und so entsteht immer wieder, immer wieder Neues. Spannend ist es dann, wenn ein gewisser Anteil an Neuem, an Überraschendem drin ist, gerade bei der Musik, aber eigentlich bei allen. Wenn ein bisschen was Neues ist, nicht zu viel, wenn zu viel Neues ist, sind wir überfordert. Wenn gar nichts Neues ist, wird es langweilig. Aber wenn so ein gutes Maß an Neuem, Überraschendem kommt, dann bleiben wir wach und entwickeln uns weiter. Und wie kann man jetzt beide Gehirnhälften verbinden? Hast du mit Sicherheit viele Tipps? Oh, was habe ich denn? Ich habe zum Beispiel, ich gebe ja Kurse im Gehirn-Fitness-Drehen und zwar mit Bewegung. Ich nehme da jetzt mal einfach so zwei Bälle und die werfen wir über Kreuz, ja. Und bewegen uns dabei. Ganz, ganz spielerisch. Ja, bei der Kreativität spielt ja auch die Begeisterung für etwas eine Rolle, ja. Wenn ich von etwas begeistert bin, dann kann ich das auch besser lernen und leichter lernen. Und bei dem Gehirn-Fitness-Training, da ist viel Begeisterung dabei und das macht Spaß. Schade, dass du das jetzt nicht so, wenn du sitzt, vorführen kannst, weil ich habe ja schon Videos von dir gesehen, wo du wirklich in Bewegung bist, im Garten stehst und hier jonglierst mit den Bällen und ganz viel. Und dabei auch noch gehst. Genau. Also das muss man auch erst mal üben. Das stimmt, ja. Ja, alles muss man üben. Die Wiederholung macht es ja. Ja, also das Verinnerlichen von einer Tätigkeit, aber immer wieder auch Neues dazu lernen. Und das macht unser Gehirn fit und es entstehen auch immer wieder neue Nervenbahnen bis in unser hohes Alter. Also ich kann das Gehirn-Fitness-Training wirklich nur jedem empfehlen. Schaut einfach mal auf meiner Seite vorbei und irgendwann wird auch noch ein Online-Videokurs kommen. Da hat mich die Angelika sehr dabei unterstützt. Das freut mich, das freut mich, wenn ich da mit anschubsen durfte. Gibt es Sachen, wo du sagst, ja, das blockiert eigentlich Kreativität? Ja, man braucht Mut, ja. Aber Mut hat nicht jeder. Das muss man auch lernen. Also, ja, loslassen lernen, Leichtigkeit finden. Und dann den Mut zu haben, was anzufangen und zu tun. Auch wenn es jetzt mal scheitern wird, wenn es mal nicht so funktioniert, macht nichts. Aus jedem Fehler lernt man und kommt man weiter. Und ja, je mehr man sich traut, umso offener dafür wird man auch. Ja, also das merke ich beim Malen. Malen ist ja wunderbar geeignet, um an der eigenen Fehlerkultur zu arbeiten. Weil da passieren manchmal Sachen und man sagt, oh nee, das wollte ich jetzt so nicht. Aber wenn du weitermachst, dann lernst du, was für ein Schatz in so einem, in Anführungszeichen, Fehler verborgen sein kann. Und du lernst, den Schatz zu heben. Und ganz viele Menschen sind scheu, also weil du sagst, es fehlt der Mut. Ich glaube, es hängt von den Situationen ab. Was das Malen betrifft, wurde ja vielen der Mut in der Schule genommen. Weil das musste dann richtig sein. Richtig oder falsch sind keine Kriterien für die Kunst oder die Malerei. Aber wenn wir wieder Kinder sein können, wenn wir es schaffen, wieder einfach auf Entdeckungsreise zu gehen und dann mal zu gucken, was passiert. Auf einer Leinwand passiert nicht viel. Oder wenn ich anfangen will mit Papier, das ist dann nicht so hochwertig. Aber ich könnte sogar anfangen mit einer Leinwand und da passiert ja nicht viel. Kostet kein Menschenleben. Richtig. Also wenn man experimentiert in einem Umfeld, wo es Menschenleben kostet, dann wäre ich da. Also bei Operationen, da wurden ja ganz viele Regeln letztendlich durch Blut geschrieben. Oder auch in der Flugzeugentwicklung oder Raumfahrtentwicklung. Es gibt ganz viele Regeln, wo wir leidvolle Erfahrungen gemacht haben. Da wäre es gut, wenn man die weiterhin beachtet und nicht kreativ einfach mal locker spielt. Ach, jetzt probieren wir es mal mit einem dünneren Material bei Flugzeugen. Obwohl vielleicht auch das gut ist, weil dünneres Material kann ja durchaus auch stabiler sein. Okay, den Faden spinne ich jetzt nicht weiter. Kreativität ist in jedem Bereich möglich. Ich glaube ja, dass es zur Natur des Menschen gehört. Und nur verschüttet wird. Ja. Ja, man soll sich trauen, es auszuleben. Und jeder in dem Bereich, wo er halt sagt, da kann ich mal mutig sein. Ja, er hat auch viel mit Selbstwertgefühl zu tun. Weil man sagt so leicht, ja, ich kann das nicht. Ja, dann probieren wir es halt öfter mal. Genau, ja. Also wie mit dem Fahrradfahren, das hat man auch nicht von jetzt auf gleich gelernt. Ja, ja. Und so ist es eigentlich mit allem. Liebe Christine, ich danke dir für deine Impulse. Ja, gerne. Ich danke dir für deine Einladung. Es geht spannend weiter mit der Kreativzeit. Ich habe noch spannende Gäste in den nächsten Wochen. Und ich freue mich schon drauf. Und jetzt erst mal vielen Dank an dich, liebe Christine. Und wir sehen uns. Wir bleiben in Kontakt. Danke schön. Danke. Und ich wünsche euch allen viel Mut. Dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss.